Die Knechte des Bergbauern, drei an der Zahl, wandern mit festen Schritten talwärts. Das kühle, lastende Dunkel des Waldes hinter sich lassen, streben sie dem in der aufkommenden Dämmerung daliegenden Hofe zu. Die drei schenken ihrer Umgebung kaum ihre Aufmerksamkeit, denn sie sind, so scheint's, in ein angeregtes Gespräch vertieft. Was sagst du, Zipp? Bin so froh, wann ich wieder runterkomme. Ja, ganz ähnlich, kein Tor werden. Der ist rauskriegt. Oh, na rein, du gehst. Auf der fluchte Gegend ist es da herum. Vorige Wochen war's, da hat er sie wieder auf einen gewollt. Wie kommen alle noch dran? Wer ist zent? Manst, manst, sollte man weggehen? Weggehen. Weggehen nutzt nichts. Wann der Zeit kommt, dann hol ich den Team. Verfluchter Ortsmann, sei stark! So was sagt man besser, nicht? Und sogar der Großknecht bemerkte... Oh, na rein, du gehst!